Die 231. Division war ein Großverband der preußischen Armee innerhalb des deutschen Heeres im Ersten Weltkrieg. Gliederung 1. Eskadron, Dragonerregiment König Karl I. von Rumänien Nr. 9. Artilleriekommandeur Nr. 231. Dritte Garde Reserve Feldartillerie-Regiment Fußartillerie-Bataillon Nr. 90. Pionierbataillon Nr. 231. Divisions Nachrichten Kommandeur Nr. 231. Geschichte Die Division wurde am 16. Januar 1917 an der Westfront zusammengestellt und war dort bis Ende des Ersten Weltkriegs im Einsatz. Nach Kriegsende erfolgte die Räumung des besetzten Gebietes, der Marsch in, die Heimat sowie die dortige Demobilisierung und schließliche Auflösung. Gefechtskalender 1917 1. April bis 15. Mai Stellungskämpfe bei Ritschekort, Seiche, Prei und Flörei 16. bis 27. Mai Doppelschlacht Eisner Champagne ab 28. Mai Stellungskämpfe bei Reims 1918 bis 4. Februar Stellungskämpfe bei Reims 5. Februar bis 14. März Reserve der OHL 15. bis 20. März Vorbereitung zur Großen Schlacht in Frankreich 21. März bis 6. April Große Schlacht in Frankreich 15. April bis 26. Mai Stellungskämpfe nördlich der Eirte 27. Mai bis 13. Juni Schlacht bei So Assange und Reims 14. bis 25. Juni Stellungskämpfe zwischen Euse, Eisney und Manne 28. Juni bis 13. August Stellungskämpfe vor Verdun 12. bis 20. August Kämpfe auf den Waldbergen nördlich der Matz 14. August bis 3. September Abwehrschlacht zwischen Somm und Euse 04 bis 18. September Kämpfe vor der Siegfriedfront 19. September bis 9. Oktober Abwehrschlacht zwischen Combré und St. Quenten 10. Oktober bis 4. November Kämpfe vor und in der Hermannstellung 05 bis 11. November Rückzugskämpfe vor der Antwerpenmaßstellung Ab 12. November Räumung des besetzten Gebietes und Marsch in die Heimat Kommandeure